hallo und herzlich willkommen liebe freunde zurück bei imperium survival ich bin schon ganz raus wie das game heißt ja ich bin wieder zurück endlich nach 100.000 jahren habe ich es geschafft mein internet läuft wieder und ich kann es kaum erwarten und ich sehe schon die haben so viel gebaut aber das gucken uns gleich genauer an dann sag ich mal hallo und ist dabei ja hallo schön endlich wieder zu hause zu sein die war das im höheren galactic survival so war die entspannung ist weg jetzt haben wir wieder krach im spiel ja das weiß ich habe eure parts ja mal angeguckt mit diesem set auf dem gesicht saß ich davor aber jetzt bin ich ja wieder da ja und zwar wollte nämlich der onkel ein gewächshaus bauen das wisst ihr ja zufällig schon weil ihr das in den letzten folgen vielleicht doch das hat es schon erwähnt die brücke anbauen und nein ich kann die nicht da nicht bauen ich kann die nicht da hier geht es doch hier musst du in der nährungsprozessor der nahrungsprozessor da gibt es hier ein pflanzenbeet dafür brauchst du eine nährlösung und die nährlösung ich bin gleich tot ich habe überhaupt nichts habt ihr nichts mehr zu essen oder was ihr habt doch gewächshäuser aber nichts im kerker hier kein wildschwein unten im keller gelagert mein gott ok gib mir schnell ne waffe dann krieg ich ne waffe her bau dir eine ich hab doch keine ressourcen das nicht nicht bauen lassen nein nein wenn dann bauen wir dir was die von meinem material ja weil meiner gerade jetzt mal das gehört alles uns zu geizkragen nein ihr gehört gar nicht doch du kommst hier her du kommst hier rein wieder und tust alles für dich ganz vergessen ja ich muss euch ich muss erst mal meckern hier weil das ist absolut nicht synchron und schön gebaut hier ich weiß ja nicht wer war der architekt ja ich war der onkel das ist ja doch nicht synchron gebaut du vorröchel du Spinner natürlich ist das synchron gebaut und was sind da denn für komische fensterrollläden hier überall kommt die luft rein da zieht doch richtig guck mal ringsrum sind löcher oben das ist da wohl ja gut wenn man so ausgelt ja alles gut gefällt mir aber ich hätte gern trotzdem nach oben geschossen ich bau dir eben schnell ne weapon ja und ich hab hunger ich sterbe ich hab nur noch nen kleinen nippel so mein liebwolle ich hab jetzt mal leiser drehen weil das ist schon wieder sowas von unerträglich ich bin voll weit weg ich kann ja auch nix dafür dass du deine einstellung nicht so gut hast meine ist abgestimmt so ich hab mich jetzt leiser gedreht tut mir leid leider du hörst mich aber schon noch oder so ja aber du bist du bist gerade wirklich sehr laut ähm ich hab dir jetzt ein sturm ich hab dir jetzt ein sturmgewehr gebaut äh das schmeißt du jetzt auf den boden oder muss ich ja pass auf gebe ich dir auch so ist auf jeden fall liegt so jetzt auch quatsch doch nicht immer dazwischen er sagt dir doch was er macht oh man er sagt er schmeißt das ist ja gut was muss ich gebe ich doch was du bist ja mal Munition brauche ich noch aber die Waffe ist geil hat er doch gerade gesagt dass er der Wäsche gibt so ich sehe gerade Halt die Fresse jetzt da liegt was zu essen ess das jetzt bevor du freckst oh danke ich dachte bitte ein Stück Fleisch wie war das nochmal ach ja so mein liebwolle ich glaube ich mache jetzt ganz leise ich glaube ich muten ja richtig ruhig stellen äh ah ja jetzt habe ich es oh danke schön so bitteschön jetzt kommt noch die Munition äh einmal aber geile Waffe mhm ah ich muss jetzt noch ein bisschen mehr bauen hier ich gebe dir nochmal sieht aber besser aus finde ich jetzt das Paket wenn du es fallen lässt damals wisst ihr noch gab es immer so Happy Meals und so ja diese komischen Pakete da diese Rucksäcke schön hat sich Rivano wieder äh ist alles wieder vergessen hätte geraten dass ich dieses scheiß Licht brauche ja ja ähm aber ich gehe jetzt jagen soll ich euch was mitbringen ja bitte Leich Hallo ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht ähm wo ich die Lichter bauen kann Einwerfer ähm ein Konstruktor glaube ich nein ähnlich nicht okay äh Deko 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 das ist eine gute Frage wie wir das jetzt machen können ähm Weapons da wird es wahrscheinlich nicht sein aber bisk vielleicht ähm wart ihr nochmal bei dieser Waffenfabrik äh nein der war nicht mehr wollen wir da nochmal irgendwann mal hin die ganzen aliens mit irgendwann sicherlich wir sind ja nur mit Pistolen dahin geflitzt wir haben wir ja mal ordentlich mit ey hier gibt es keine einzigen Tiere der war doch nicht warum soll ich denn noch nicht ach wir haben Pflanzenlicht das musst du lernen unter Base hab ich ach so das hast du wohl auch noch nicht ne hab ich auch noch nicht ich hab noch Punkte was soll ich denn da soll ich das aktivieren was ihr braucht ich hab das nicht Pflanzenlicht hast du nicht bei Base nö bam bei Base wenn du weiter runter scrollst ach das geht noch weiter runter ja ja ach dann hab ich Pflanzenlicht ja dann hab ich Pflanzenlicht okay ach das geht noch weiter runter ja merkst du was alter da gibt es ja guck mal da gibt es ja sogar noch Kanonengeschütz ja geht auch noch nach rechts weiter ne also mehrere Level ja das hab ich ja schon Innenbeleuchtung Raketenwerfergeschütz mal sehen jetzt mich nicht dann bist du das alles gar nicht wolltest du dich jagen gehen doch ich bin doch jagen wisst ihr was ich vermisst hab die Korndogs was denn guten alten Korndogs oh ja hm das ist wie viel Wiener Würstchen mitnehmen hm hab mich schon fast wieder gesund gegessen mit Korndogs es ist hell ähm noch genau guck mal gleich was wir noch mit Materialien brauchen weil ich glaube irgendwas hatten wir nämlich an Mangel was wir in einer Folge nicht mitnehmen konnten aber da haben wir doch diesen Umweg gemacht das war nicht Prometium sondern ich glaube Kobalt oder sowas ne war das das konnten wir nicht ernten da hatten wir Silizium? ne ne Silizium wir haben auch nicht viel Silizium mehr da kann vielleicht das sein ja und Kobalt haben wir doch haben wir ok das ist hier Silber du hast noch ein bisschen Silizium aber nicht mehr fliegen ähm ja würd ich sagen holen wir noch mal ein bisschen Silizium du können doch die waren nur losgehen oder? ja 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 mit dem Raumschiff können wir ja fliegen ich geh jetzt ach so ja dann will ich mitfliegen aber ich geh jetzt erst jagen dass wir Fleisch haben ich hab ich ja gerade auch ja ja doch aber bevor ich Silizium holen kann hey brauche ich äh nen Abarbeiter hier ist ein Ressourcen-Hacker Metzler weißt du was ich meine ich weiß nicht mehr wie der hieß Bohrmaschine da Blaulicht ach so das hast du auch noch nicht ne ich hab gar nichts mein ganzes Umwelt war leer würdest du auch bitte nicht meine Sachen verbauen würdest du bitte nur Onkels Sachen verbauen wir können uns ja gerne abwechseln oder ist nur meine Sachen ähm ja das Ding ist meiner hat produziert gerade ein bisschen mehr ach so dann mach dann mach ich möchte gerne nur die Sachen die Onkel gehören genau war es angenehm ne wenn der so leise ist Leute ich kann hier einfach losreden Gabak ich kann losreden alle übertönt sind das ist so schön naja da kriegt man wenigstens die interessanten Redereien noch mit wunderschön das ist interessant ja auch noch ein paar Magnesium warte mal Magnesium haben wir jetzt 300 300 noch hm was haben wir bei mir egal auch 300 das wird ja reichen guck mal gerade was wir noch so für Materialien gebrauchen könnten äh äh sie gibt es mal auf jeden Fall Stein können wir eventuell noch mal ein bisschen gebrauchen aber nur wenig Grundstoff am Sauerstoff dauerstoff das bekommst du genau ja ne Quatsch aber ich glaube ich habe jetzt wirklich ohne Mist ich muss jetzt mal wirklich zugeben ich habe Privano zu leise gestillt ja ein bisschen höher kannst du ruhig machen Privano hier ja ich lege dir eine Waffe hin ja also die Terrain ja 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 das sollte reichen wenn wir uns ja mal hier in die ins Raumschiff reinbegeben ja komm mit genau setz dich einfach hinten rein da haben wir extra eine Koje hinten drin kann ich jetzt wenigstens nach vorne gucken oder hast du wieder so gebaut dass ich hinten aus dem Arsch guckte ich kenn das ja noch und bitte nicht im Weltraum und dann wieder raus steigen hinten rein ja von hinten rein ich komm genau da genau echt das ist der Hintereingang oben genau so ah cool bist du drin jetzt ja ich bin drin bitte fliege mich mein Butler Alfred ach da fliegt auch alles wie so lustig kannst du mal gerade gucken wo wir Silizium haben wo ich da lang muss hm ich guck auf der Karte im Augenblick belegt steht da was ist belegt im Augenblick Ahnung und wir fliegen 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 durch die Welt ach da hinten ist ein Silizium Silizium hast du gesagt ne ja ja ich hab schon hab schon ja ich sehe es 96 all left of 3.345 steht da äh ok holst du mich dann auch nachher wieder ab ja äh ja danke ja bitte wie kann ich jetzt nochmal aussteigen welche Taste wie ne gabachs 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 was denn hast du denn los ging der Plan ging voll auf ich hab mir schon gedacht so hier ja ja ich hab mir schon gedacht ihn hier so reinzuschmeißen ich helf mal kurz mit hier im abbauen weil dann nehm ich das gleich mit ja find ich den gut oh da ist sogar schon ein Loch ja ja das haben wir schon mal vorbereitet aha aha so ausgerüstet hier und du musst aufpassen du kannst nämlich die Steine die du abarbeitest kaputt machen wenn du mit dem Laser drauf zieht sonst sind die dann lösen sie sich sicher? hm zumindest war es immer so gewesen beim letzten mal wo ich weil ich hab immer wieder äh welche gehabt und dann waren die immer weg oder die haben's gepetzt oder die haben's gepetzt ich hab schon zwei drei patched ja ja ich weiß es nicht probier mal wenn du gleich so nen Lümmel da hast dann halt dich mal drauf hier vielleicht sammelt die dir äh der auch nur auf reloading reloading ach ich hab's wieder an der base vorbei geleveln ich vollidiot kann ich jetzt grad nicht so sagen gehts nicht oder Ja, am besten noch ein bisschen lauter Was lauter? Ne, alles gut, alles gut So, ähm Oh ja, ich bin das Edition Boy Ich geb dir gleich alles, was ich auch gesammelt hab, dann kannst du es auch mitnehmen, ja? Pack ich einfach ins Auto rein, da Nö, gib's mir jetzt kurz, dann flieg ich schon mal wieder weiter Hast du schon genug? Ich dachte, du würdest mal 300 mitnehmen Ach, so viel ja noch nicht Du kannst jetzt erstmal hier ordentlich abernten, wenn du möchtest, ja, aber Ja, dann mach ich, ich mach das Ja, dann guck dann Aber pass auf die Wasseroberfläche auf, ne? Warum? Oh yeah, unter dem Meeresspiegel Geil Ja, seht ihr, das ist dieses geile animierte Wasser, so sieht es bei mir in der Badewanne auch aus Wie eine Scheibe Das Scheibenglas Wasser Supergeil Ja, warte, ich geb dir dann nochmal eben die Ressourcen hier, oder? So spät, ich bin schon weg Ach Gott, was bist du denn für einer? Bin schneller Onkel, bist du noch da? Ja Hast du dich mit den einäugigen Monstern angelegt? Achso, hast dich mit den einäugigen Zombie-Flappers angelegt? Flappers? Flappers? Flapper So, landen, uah Oh Das ist, so sind die Piloten, wenn man keinen Führer schon hat, ne? Ja Hä? Ich auch nicht Das war doch was zum Anpflanzen, das kommt mit hier drüben rein Irgendeiner wird es schon verstehen, der es schaut Es müsste hier noch so Beschriftungszeug geben, das wäre cool Oder kann man die Kisten hier beschriften? Ne, kann man nicht, oder? Seh nicht Ja, und drück mal die U-Taste war das doch, ne? Ne Das ist für gar nichts Wenn du deine, wenn du deine, ähm So Helm Deine Basis kannst Ja, welche Taste war das? K oder L für die Basis zu beschreiben? Vielleicht kannst du das so Kisten beschreiben P war das Das ist aber nicht das, was er meint Oh, da ist jemand heiser, oder? Nein, ich hatte gerade nur einen Frosch im Heizkant Achso Lass den mal raus, bitte, ja? Hast du Hunger gehabt, oder? Genau So Ein Frosch Ah, ist doch schön, endlich, kaum bin ich wieder hier, darf ich wieder arbeiten Ein Frosch möchte sein, das wäre so wunderbar Ein Frosch möchte ich sein So, dann haben wir jetzt einmal Silizium ein bisschen Das ist das schon hier Und dann noch Genau, Eisen brauchen wir auf jeden Fall Eisen? Ja, kannst du mich nachher wieder absetzen, rauswerfen Da können wir eigentlich nie genug von haben Kann ich dich absetzen? Gibt's hier so einen Fallschirm oder sowas? Dann mache ich hier, wie soll es sein Zwischen den Possible, lass ich mich abseilen Din, 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 din Meine Mission Absammeln Absammeln? Absammeln? Freisamen So Ah, ich habe dich wenigstens auf so einer einsamen Insel stehen gelassen Jaja, ich sehe schon Ich bin jetzt hier der Robinson Crusoe Genau Wie das Bild, ne? Oh, da kommt eine Mining-Drohne Mining-Gun-Drohne Okay, hau sie weg Mining-Gun, sage ich schon Äh, Mini-Drohne Also Mini-Gun Ähm Ja, willst du einsteigen? Mining-Gun? Sammeln wir alles ein und komm mal mit Ich? Nee, Doc, nein Deines Raumschirr Ah, das ist geil, ich brauche anpflanzen Also Aloe Vera werde ich auf jeden Fall mit anpflanzen, weil das brauchen wir ja für die Midi-Packs Und das scheint ziemlich beschissen zu, zu, ähm Passagiere 1 Ich bin ein Passagier Ein blinder Passagier Danke, dass ihr mit Kavax Airlines geflogen habt Kavax Airlines, ja So, jetzt kannst du eigentlich deinem Oben in den Kühlschrank Oh mein Gott Wir fliegen Ha Oh Gott, ich sag uns Hintertad, das ist halt mit dem Führerschein Was ich meine, nicht schlimm Leg mal hin, das Flugzeug Ist kein Problem Komm mal mit, bitte Ist egal, das kann so liegen bleiben Der alte Holzkaster Ja Das hält es aus, robust genug Hier, hier kannst du es reinkloppen Da reinlegen Alles klar, ich hätte doch unbedingt auf jeden Fall, ähm Doch die Versicherung, die Lebensversicherung abschließend sein, bevor ich geflogen bin So hast du reingelegt? Jaja, ich leg noch ein Ei Moment Ach, bin ich blöd, ey Jetzt habe ich gerade alle Ressourcen mal nicht mehr dargelegt Und ich denke, warum ist mal nicht mehr da voll? Ach, voll Ich war schon lange nicht mehr dabei, ja Genau, dabei So, ist drin, ja Gibt es hier eine Schlaganima? Ne, gibt es nicht Leider Menschen nicht schlagen Ja, komm, ey Gibt es hier eine Parkt-das-Dinge-richtig-Animation? Guckt euch das an, liebe Leute Ihr seht es hier live, hautnah Gavax ist geflogen Über den Wolken Magst du das mal beim Bauen erleben müssen? Glaub ich, ey Dass das Haus überhaupt noch gerade steht, ey Nein, ich meine beim Bau des Raumschiffes Warte, ich komm mit Achso Ja, steck da Warte, ich bin mit Jo, ich steck drin Äh, ich steig ein, ja Ich steck drin, okay Oh mein Gott, er fliegt seitwärts Hier Boah, ich sag dir Keine Achterbahn kann das geben, was du mir gibst So, wo haben wir denn Eisen? Siehst du irgendwo Eisen in der Nähe? Ja, ich drück mal M Mach mal bitte den Motor aus und lass uns mal abstürzen, ja? Ja Freier Fall Also, Eisen ist, bitte fahr rechts Fahr bitte rechts Fahr bitte rechts Rechts Ja, weiter Weiter Weiter, weiter Weiter, weiter, weiter Weiter Ja, ein bisschen noch Ja, Kurs geradeaus, ja Sehr schön Und so bleiben Nicht die Kurs verlassen Immer so bleiben 49% Ja, die machen wir leer 49% 49% Wow Ah, vielen Dank Hätte ich was getrunken, wäre ich wahrscheinlich schon tot, ja? Oh, da ist ein ganz schönes Loch Ach ja, das war das, wo Onkel und ich ziemlich viel geerntet haben Ach, guck mal, da liegen sogar noch Rückser Ey, was steigst du denn aus? Ich dachte, du wärst schon geparkt Oh mein Gott, oh Gott Ich hab erst mal 350% Schaden genommen Was liegt denn da in den Rückser? Guck mal rein, was da drin liegt Nix, kann ich nicht anvisieren Doch Da liegt nix drin Ein leerer Rucksack Ja Die Airline Die Gabax Airline reisen Wie du gesagt Ja, und da Kunern sie wieder runter Und da geht's ab Und das war's Ja, solange du liegen Sag, wenn du geparkt hast Ich hab gedacht, du bist schon längst geparkt Oh, oh, das sind Aliens drin In meinem Loch Ja, vor allem hinter dir auch noch Oh mein Gott Da ist es tot Naja, das ist ja Hier geht's richtig ab, du Bei den Gabaxillisen Zum Glück mal, guck mal Guck mal, guck mal Da sind Abstürzungen, Schrankfliegen Aber keine gefährlichen Monster Ach, guck mal Rucksäcke Ganz große, gefährliche Zombie-Wesen Da kommt's schon Wow Zombie-Wesen Das ist Pflanzenwesen Oh, ich muss nachladen Oh Mann, ich gieß dich Komm her, Baby Ich gieß dich Das ist tot Ja, es ist vernichtet Es wurde Gabaxilliert Aufstieg Gabaxilliert wurde es Bin ein Level aufgestiegen Okay Ich würde sagen Dann kannst du dich ja hier jetzt austoben Naja, ich tob mich mal aus Also ich werde die 49%, 49% Dann würde ich sagen Können wir auch den Part beenden Mein lieben Freunde Ist es schon wieder soweit? Ja Ja, soll ich dann jetzt Oder gleich Ja, dann mach Ja gut Ja, mein lieben Freunde Ich beende dann mal den Part Ja, ich hoffe es hat wieder Spaß gemacht Und war auf jeden Fall wieder richtig lustig Mit den beiden hier Auch wenn die hier nur Mist machen Natürlich Und ich natürlich nicht Nein, Quatsch Auf jeden Fall richtig cool Ich freue mich wieder mit dabei zu sein Endlich Und läuft echt gut Super Ja, dann würde ich sagen Wir freuen uns beim nächsten Part wieder Übermorgen oder wann auch immer Hier bist du es ja noch Donnerstag glaube ich Ich weiß es nicht Und dann würde ich sagen Ciao Tschüss Tschüss